das ist nur zum nächsten scheiße 20 ja dann würde ich sagen würde ich 174 jetzt herstellen zack dann habe ich erst mal genug dann habe ich 200 dinge das sollte passen also war speichern sicherheitshalber nicht dass wir jetzt noch da gleich wirklich komplett weggerockt werden wir nichts gutes weil wir haben da hinten ja schon den nächsten cyber psycho bevor wir jetzt hier wirklich hier nicht zu danken wir bedienen dich ich wusste du bist einer von den guten danke und obdachloser ok fing wir mal scheint nur er zu sein oder also wir sind da müssen aber auf die andere seite versuchen wir es mal okay das hat nichts das kriegen wir so nicht hin schade wäre eigentlich ganz witzig zack und nicht glücklich wie in der nähe der gym gibt es eine passage wo ständig leute verschwinden finde heraus was da vor sich geht und verschwinde nicht selbst ok wenn da da nicht wo ist unser cyberpsycho wo ist unser cyberpsycho und wo ist unser cyberpsycho der hier die hier 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 nein letzten checkpoint konnte nicht schnell genug auf x drücken um dings ja ja ich weiß was da vor sich geht und verschwinden nicht selbst na Na? Du wirst aufgefordert dich zu zeigen, verdächtige Hände! Hör auf mich hacken zu wollen, mein Freund. Ich schmeiß dir die Granaten an den Kopf. Ich schauke dich an. Ich schauke dich an. Ich schauke dich an. damit haben wir das gemacht so let's go legendäre komponenten legendäre komponenten nämlich doch gerne mit da liegt noch was nebenbei und dann let's go und ansonsten du 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 noch schon das alles hier so weit es geht bitte haben wir den nächsten ding und dahinten soll der nächste cyberpsycho sein also speichern und habe ich ja gar nicht gesehen wollte jetzt nicht unhöflich werden hier wollte nur mal gucken ob ich nachgeladen muss ja nicht sein dass ich hier nicht nachlade ein kleiner sprang macht ihr gang ein kleiner sprang spaziergang auf dem pier soll ein soldat gerade auf fußgänger geschossen haben ich hätte ihn gern leben wenn du das hinkriegst dann schicke ich einfach vorbei mehr details bekommst du gleich und wie er braucht glück wenn er ich bin militärische auch noch geht da sind auf jeden fall die werde like dich du 5 5 6 0 8 3 K 4 wenn konnte ich jetzt nicht durchsuchen weiter um auto zerquetscht ach du scheiße vom auto zerquetscht da hinten irgendwo soll er sein irgendwo dahinten ich ihn irgendwo scannen kann irgendwo gescannt kriege da ist auf jeden fall es sind auch wieder leichten die ablenkungsmanöver kann ich da so man ist nur ablenkungsmanöver dahinten das wird schätze ich mal am ende sein ende des piers wird sagen er könnte das sein die 1 c1 so viel dazu irgendwo noch information also so ein soldat welchen soll ich irgendeinen splitter soll ich noch mal so viele splitter schon die ich nie gelesen habe man sich mal so überlegt ich suche das gebiet nach informationen ok naja alle mal ein bisschen durchsuchen alle die da so am boden liegen alles und jeden mal durchsuchen den wir hier haben ein bisschen scan den psycho den habe ich schon gekillt da brauchst du keine angst mit haben hat er noch was schönes ja er hat noch was nächsten splitter den wir uns antun dürfen so nächsten splitter sagt 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 und schicken wir ihnen mal eine nachricht das war der nächste ja also mal gucken wie sieht es denn hier aus cyber psychos mäßig wie viele haben wir denn irgendwo hatten wir mal eine quest wo wir doch hier 8 von 17 es geht doch also 8 von 17 ist doch nicht verkehrt na gut finde kann weg maschinenpistole kann weg pistole kann weg naja der kann auch weg der kann weg also messer bereich kann wird auch weg macht den schaden da nicht tödlich so dass was soll ich damit mal ganz ehrlich was soll ich damit meine gegner sollen mir nicht mehr möglichkeit geben zu sterben wenn ich gegner kriege die noch habe die mich umbringen können ist das eher suboptimal nein scheiße jetzt habe ich das falsche jetzt habe ich den falschen wecker und egal mit 27 krieg den nächsten ding sie immer schon beschissen aus na egal welcher jetzt denkt es ist man sieht immer beschissen irgendwie aus aber hey besser die rüstung desto besser geht hat ne wirst du die pischere ist das kommen wir eher so der hut also der kopf 32,5 der kopf der kopf meins ist besser was haben wir da 32,5 und die das gesicht auch besseres 105,2 äußere schicht 105,2 äußere schicht die idee ja das stellen wir mal her 105,2 innere schicht schauen wir mal dass wir in ihrer schicht auch verbessert kriegen so je besser wir das haben desto besser ist es auch mehr kann ich hier gerade nicht herstellen weil ich die epischen item komponenten nicht mehr habe vor allem die rock würde ich auch mir gar nicht mehr zu bin ich ganz ehrlich der sieht weiß aus haben wir sonst noch was was wir denn können wir könnten die sturm gewerb ich weiß zwar nicht warum er jetzt laut war ich eigentlich lautlos gemacht aber naja ok alles klar ja das war nämlich auch schon der teil macht item herstellung 7 nehmen wir wir speichern und ich würde sagen damit verabschiede ich mich von dieser aufnahme session ich hoffe es hat euch bisher gefallen in den nächsten aufnahme session versuche ich an die haupt an der haupt mission weiter zu machen weil die die haben wir jetzt so lange nicht mehr gemacht deswegen versuchen wir da natürlich die haupt mission weiter zu führen ja dementsprechend würde ich sagen bis zur nächsten folge bis zum 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 nächsten folge Vielen Dank.